Hallöchen meine lieben Freunde und Willkommen zurück zu Agrarian's Guys 2 mit dem Miethaus und dem Sachsen hallo Hallo So Letzte Folge haben wir hier ordentlich gecraftet, dann machen wir jetzt auch weiter mit den automatisierten Dingspunkts, was wir hier bauen Ich bin fertig mit dem ganzen Zeug Pass auf, hier ist ein Loch faltig ein Kann man da durchfallen? Ne Kann man da durchfallen? Ne Oder? Ne Ok Boah, warte mal, gibt es? Warte mal, warte mal Oh ja Oh mein Gott, passt auf Was willst du denn Fassaden? Was? Was willst du denn bauen Fassaden oder was? Hä? Aha Warte, warte Warte, warte Warte mal, das ist scheiße hier ist scheiße Nein Jetzt auch nicht, dass das nicht geht hier Das geht nicht Das Das Oh, was? Oh Oh Ja, das klein Das ist hier Oh 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 Alter, das wird, das wird eine krasse Produktionsstraße Hä? Hier gibt's keine Microblocks Hier gibt's keine Microblocks Gibt's jetzt nicht? Ne Oh, ich wollte da auch noch eine ganz schmale Platte drüber legen Warte mal Warum gibt's denn dann diese Saw, wofür? Du kannst nur... Oh Du kannst nur Snowbricks Kannst du nur... machen Ah ne, dann will ich das nicht Hier, ich hab deine Speed Upgrade Soll ich die überall reinballern? Ja Ja Äh, überall... Äh... Überall... Überall... Überall ein Stick Oben... Genau, da drüben ist schon kommt er fertig Da kannst du gucken, was überall wo rein muss So, jetzt brauche ich hier nochmal, ähm... Servo Ne Die anderen kommen ins Sieb, oder was? Ja So, der macht vier Da haben wir nur zwei Stacks, ne? Wie... was? Zwei Stacks? Von den... Fortune Ja, die Fortune kommen wir bloß unten ins Sieb rein Ja, aber wir haben ja drei Sieben, oder was? Ja, in dem einen Sieb ist schon was drin Achso... Und da sind auch Speed Upgrades drinnen Genau Aber dann fehlen mir ja Speed Upgrades Die anderen beiden, dann brauchen wir noch... Sechs... Achja, stimmt, wir brauchen acht Stacks, genau Alter... Oh! Ich brauche Lust und gerade lange zum Schmelzen, wie TF, ey Ich glaube, wir haben kein Hardnett, klarst du mehr? Hardnett? 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 Ach, der braucht man, das ist ja eigentlich schwachsinn Das reicht ja eigentlich nicht da Ich will nur noch das Skiern, dann sind wir... Ja, mit denen sind auch... Inga Ja, was finden wir schon wieder? Iron Nuggets? Oh shit Was bleibt denn wieder, als gespawnt ist? Halleluja, Futter Was? Futter? Nächstes Problem ist ein... Problem ist gerade erst mal, dass uns... Inva fehlt Irgendwer herrschen Ich smelte die... Ich smelte die, die brauche ich gerade im Moment Ja, wir können... Wir brauchen keine Smeldery für den Inva Ne, ich kann nur... Induction smelter Aber man... Man kann den nicht up-speeden, ne? Ne, weil wir den erstmal... Selber upgraden müssten Wir müssten das mit dem Resonant... Mit der Resonant Maschine bauen Du musst quasi erstmal eine stärkere Maschine reinbauen Damit du der Maschine auch... Damit du die auch... Schwerfen kannst Problem ist halt, dann frisst du dann extrem viel Strom Das ist das Problem dann dann... Das ist das Problem dann... Das ist das Problem dann... Das ist das Problem dann dann... Das ist das Problem dann... Das ist das Problem dann... Das ist das Problem dann da drin zu schmelzen in der Smelch-Qui... Äh... Braucht lange... Hohle die Leute... Was wieso schmelzt das Kloster oder so ne? Ja... Weil ich was baue! Das ist es um ein beschistetes Gier herzustellen Was ist wenn ich das zum Fleisch reinschmeiße? Bist du denn? Oh... Oh Noch eins? Was rein wird? Warte mal, ist noch ein Toast. Oh, Toast geht nicht. Ähm, hier, ich hab noch... Warte mal, ich hab noch Ehren. Ich mach bestimmt wirklich irgendwas kaputt. Hier noch ein Wegen Rotten Flash. Also Toast geht nicht. Hier noch ein Wegen Kuhleder. Oh, das geht auch sehr schön. Ich hab noch ein Stick. Oh, oh. Das Ding ist ja von Soundcraft, ne. Das ist von Soundcraft. Oh, oh. Hör mal bitte auf, mach mal bitte nichts mehr. Hast du Angst? Ja. Jetzt schon muss ich sehen, dass es von Soundcraft ist. Ich dachte, es ist bloß ein normaler Kessel. Ja. Das soll denn passieren. Ja. Also, ich geh da nicht mehr ran. Wieso? Warte mal, warte mal kurz mal einen Zauberstock. Ich glaube, es kann ganz schön ätzend sein, Alter. Toll. Ähm. Wir brauchen... Das guck mal hier rein. Das ist hier. Alter. Was brauchen wir? Dull fuhr. Warum? Wir... Äh... Da musst du Kohle ähm schreddern. Kohle schreddern? Mh. Äh, echt jetzt? Wahrscheinlichkeit von 10% kommt das dann raus. Ja. Ja, ohne Scheiß. Was? Ja. Ja. Oder... Haben wir... Haben wir... Äh... Haben wir... alles im Lager, Henning? Ähm. 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 Wie ist deine Soße? Echt? Ja. Warte. Mh.. Lecker lila Soße. Oh, die kann ich gar nicht anfüllen in dem Ding. Warum nicht? Oh man... compart, das Wasser ist noch da drin' glaube. Macht mich.. Sch brush ten... Höhöh! Höhöh! Höhöhöh! 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 Pulverizer! Mach mal aus die Scheiße! Ne, dass hier irgendwas kaputt geht! Loll! Kann mir hier noch funktionieren? Pulverizer gerade! Was? Was bekommst du? Flux fuhr! Als Effekt! Was bringt das? Ne, was? Pulverizer? Hier! Denk dann, der schmelzt aber auch gleich ne? Wie? Der schmelzt dann direkt? Komm aber nicht! Naja, das macht er aber! Dann musst du den ja anderen Pulverizer nehmen! Den hier drüben! Hier ist noch einer! Hier ist noch einer! Ja! Hier ist noch einer mehr oder? War doch hier! Ähm! Bin ich wieder! Da kann nämlich auch Sulfur rauskommen! Äh, äh, äh! Guck mal! Das hab ich, das hab ich, das hab ich! Pulverizer! So ne... So ne neue Quelle hier hinten bauen! Bitte gebt mir Sulfur! Guck mal, einmal das und einmal Wasser! Jetzt haben wir so viele, ähm... So viele Sachen gemacht! Wir benutzen so viele Rohstoffe, dass wir jetzt fast gar nichts mehr haben und jetzt wieder alles neu herstellen müssen! Loll, äh, Henning! Guck mal, in die weiße Kiste! In die weiße Kiste! In die weiße Kiste! Kommt zum Thema, wir haben uns! Was? Ja, in diese Chester! Das ist doch ein bisschen Material! Ey, da ist Shiny drin! Ja, aber ich brauche Sulfur und das ist da nicht bei! Ja gut, Sulfur! You know? Guck! Hier hab ich einen rausbekommen bei dem... Oh, ein Henning! Au, 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 au! So! Hier schon mal 7! Boah, dauert dieses Kloster und Brennen ja lange, ey! Alter, Alter! Haben wir noch ein automatisiertes Sieb irgendwo stehen? Nee! Aktuell funktioniert? Nee, ne? Nee! Ade! Ist blöd! Alter! Dann muss ich... Muss ich von Hand sieben! Loll! Ich hab jetzt gerade einfach bei einer... Bei einer Kobbelsohn-Farm gefehlt! Ich hab mir Obsidian gemacht! Können wir Obsidian schon abbauen? Kann jemand Obsidian da bauen? Böööööööööööгр... Da muss ich eine Diamond ell� choose! ...bohööööööw! Ich lass ihn einfach hinten liegen... Den Obsidian ist mir egal... Erst mich... Ist mir einfach nicht geid... Ich siebe jetzt ne Runde so.. Mit de hand... Sehen die Tiere eigentlich immer noch so akro? Ja. Cool. Das wird sich auch nie ändern. Freut mich. So, dann muss ich noch einmal Wasser und einmal Lava und einmal Wasser holen. Vielleicht ist es den Obsidian anbrennt, ist mir egal. Ich habe ihn zugebaut. Nicht mal ein Problem. Den sieht man auch nicht. Habe ich neu gemacht. Was hast du mit deinem Obsidian? Ja, ich habe ihn in der Obsidian generiert. Ich wollte ihn in der Cobblestone. Ja. Und habe dabei einen Obsidian generiert. Und habe jetzt gerade gesagt, ich lasse den Obsidian jetzt einfach da. Ist mir jetzt egal. Wir haben doch eine Cobblestone. Ich brauche aber noch eine. Ich brauche aber noch eine. Ich brauche aber noch eine. Ist doch den Hals nicht voll, ne? Nein. Hals hat er nie voll. Jetzt passt es. Oh. Oh. Alles geflutet. So. Jetzt wird wieder schön. Hinten wir. Okay. Hier muss jetzt quasi der Ding oben drauf. Ich habe wieder ein Safari-Netz. Oh. Oh. Einer mit einem Mystery? Wo denn? Wo bist du? Wo bist du? Hier hinten bei der Frischfahrt. Warte mal. Ich hole mir erstmal ein Safari-Netz. Reusable. Vielleicht kommt irgendwas lustiges bei raus. Safari-Netz. Und noch ein Leeres. Enderman. Cool. Blaz. Schieb. Enderman. Scheiße. Warte. Reich. Da kommt ja irgendwas lustiges bei raus. Was man brauchen kann. Ne. Keine Dinge gibt es. Ich habe auch nicht Reusable. Weiß ich wie ich gleich davon. Wo bist du? Hinten. Hinten. Hopp ich wird es ein Ghast. Hopp. Ich bin halt voll fasziniert hier von meinem Craften. So. Drei. Zwei. Eins. Oh toll. Meine Fledermaus. Oder? Wo war hier ein Effekt? Was hat sich in einer Fledermaus eingefasst? Vielleicht hier drunter? Das ist auf jeden Fall eine XP-Gugel die da rum fliegt. Wo? Und da da hinten. Da. Komm mal gucken. Hallo. Ist mir egal. Also ich fliege wieder zurück weil ich was ganz cool mehr habe. Ist mir egal. Das war toll. Komm mal her. Ne. Nichts dass du dich da runterfällst ne. Ich kann mich nicht. Oh ich habe getroffen. So warte mal jetzt brauchen wir. Wie ist dieses Ding? Das ist voll toll unsere Insel. Gell. Aber wirklich toll gebaut. Eine Transfer-Note. Und da muss dann rein was? Ich legel hier so schön rein. Guckt euch das mal an hier. Speed-Upgrade und World-Interaction-Upgrade. Okay. Ach toll man. Jetzt muss ich ernsthaft von Hand sieben oder was? Oh. 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 Düm. 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 Was? Hier. Was ist hier? Ja hier kannst du sieben lassen Wo? Wo? Ja hier Da? Aber man kann hier eigentlich auch von unten mit Strom versorgen Das wäre toll Oh ja guck mal was da geil ist Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Ich habe gerade Arbeit gemacht Kann ich hier auch von unten mit Strom versorgen Das wäre richtig doll Doll ja Geht das? Das geht? Sehr schön Das ist doll Guck und da kriegst du auch viel viel mehr so voraus als im Randding Guckst du? Ja ich weiß, ich habe das doch so immer gemacht Ah ich sag ja nur Das ist aber richtig doll Da kann man nämlich jetzt hier das heranlegen Achtung, Achtung, das ist ein Loch ne Also nicht dass ihr jetzt hier Das ist auch ein Loch Wunderfall Du bist auch so ein Loch Ich mach schon wieder irgendwas anderes wie ich gerade eben überhaupt machen wollte Oh nee Wo hin war? Oh Oh Euron I need more Euron What did it do here? So Ab sofort wird das jetzt Die Smashville nicht in ein System gepumpt Warum? Weil ich jetzt den Input Was äh Umgebaut habe Jetzt zu diesem So der Test Wo die gesamten Materialien Das heißt Die Materialien gehen jetzt automatisch ins Armee Im System ja Ja voll gut Dann ist das System ja gleich voll Würde ich dann mal so behaupten wollen Nee glaube ich nicht Moment Dann bauen wir einfach neue 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 Zellen Dann ist auch gut Genau Dann bauen wir einfach neue Zellen Gutes Dann bauen wir einfach das Emine-Lager noch größer Und dann immer größer Who cares? Wenn du dir überlegst Wir haben alles angefangen mit einem Baum Ja Nee Was er meistens bei Minekraft so macht So Fertig Mit was? Ja ich hab dir die Dings da reingesagt Achso diese Upgrades Die 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 Und jetzt? Richtig, wir haben gleich keinen Strom mehr. Brauchen wir mehr Strom? Lass mal schlafen. Ich kann nicht schlafen, weil hier so eine Spacke Spinne rumflatter. Ich glaube, wir müssen gleich ganz, ganz viele Solasteln bauen. Ja, ich bin dabei. Ist das nicht schwierig? Äh, es geht. Diese Solasteln, die wir da... Die hier. Solar... Die da. Ja, wie heißen die? Solarpanel Stufe 3. 3. Also die. Soll ich dann schon mal anfangen? Wenn du möchtest, kannst du da gerne schon mal welche bauen. Ich muss ja eh die Transfer Node bauen. So, ok. Solarstufe 1. Transfer... Node... Wo bist du denn? Hyper-Energy brauchen wir nicht. Items, dear. Das war ja locker easy, haben wir ja alles da. Ähm... Transfer 5. War kein Silber-Ingot. Dies reicht aber nicht. Und... Silber-Ingot. Silber-Ingot. Wie kriegen wir da... Äh... 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 Silber-Ingot. 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 Ich glaub nicht. I don't know. I don't know... Ich desdop. Du schmelst das Gloster und dann nehme ich weiter? So... Also... Do know... Also... Achts mit Lumium. Glas kannst du auch noch machen. Ich brauch halt dafür ein Gear. Wie schlägst du das her? Warte. Das wird ein Projekt hier, Alter. Wir brauchen Glas. Ja. Und zwar richtig viel. Ja. Lass uns mal anfangen, irgendwo welches zu schmelzen. Die Infernal. Eigentlich war es dumm, so viele zu bauen. So viele hätte man gar nicht gebraucht. Genau. Das schon. Okay, falls wir dann mal überall komplett das herstellen. Schaut geil aus, oder? Na ja. Habe ich das nicht doll gebaut? Alter, was? Wie machst du jetzt mal Lumium? Achso, Lumium. Aber ist noch nicht aktiviert, oder? Nein, noch nicht. Aber gleich. Wir brauchen unbedingt viel, viel Glas. Ich brauche ein Glas. So. Drei. Wo war ich denn jetzt? Okay. Du brauchst dreimal Pulverized Tin. Einen Pulverized Silver. Und einen Energized Glowstone Bucket. Da kriegst du viermal Lumium Blend draus. Okay. Junge. Junge. Na, Marc. Was für sie wird? Da bist du drauf. Brauchst rein. Ich habe eine Solarzelle. Ist das cool, oder bin ich cool? Weil Stefan hat nämlich mal wieder viel zu schwer gemacht. Wow. Ja, wann wir das Rezept halt so angezeigt haben. Ja, da gibt es ja auch noch Pfeile dran. Du kannst ja auch noch rumschalten. Ja. Habe ich hier zwei neue Solarzellen draufsetzen? Das wurde mir nicht angezeigt. Äh, Stufe 3? Ja. Ja, hier oben beide drauf bauen. Hier oben? Aber wir würden halt nie die Smell zu werden angezeigt. Habam! Wunderliche Freunde, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann drückt gerne ein Däumchen nach oben und schloppt bei den anderen vorbei. Bis dann, würde ich sagen. Tschüss. Macht's gut. Und tschüss. Tschau. Tschüss.